Herzlich willkommen zur Feature-Tour von ACMP544. Ich freue mich, Ihnen die neuen Funktionen zu zeigen. Generell haben wir in diesem Update natürlich wieder viel optimiert und verbessert. Eine komplette Übersicht der Entwicklungstickets können Sie natürlich im ChangeLog einsehen. Bei diesem Update müssen Sie keine zusätzlichen Komponenten wie zum Beispiel das Webinterface aktualisieren. Starten wir mal mit der Seite, die hier auch gerade aufgeblendet ist. Hierbei handelt es sich um eine neue Dashboard-Seite, die Übersichtsseite. Jedes Dashboard oder jedes Plugin im ACMP kann nun auch als Startseite verwendet werden. Hierfür führen Sie bitte einfach einen Rechtsklick auf der linken Seite aus und sagen als Start-Plugin festlegen. Die Übersichtsseite eignet sich hierfür natürlich besonders gut. Alle Dashboards im ACMP können jetzt ganz flexibel angepasst werden und auch mit neuen Widgets, zum Beispiel das Starten einer Abfrage oder die Ergebnisanzahl einer Abfrage ausgerüstet werden. Zudem habe ich mir jetzt hier auch noch einen Überblick über alle File-Repositories und einen Überblick über meinen SQL-Server anzeigen lassen. Zudem noch eine kleine Willkommensseite, wo ich direkt einen Zugriff auf die YouTube-Videos, unser Handbuch oder Informationen auf unserer Website habe. Gerade die Query hier unten ist natürlich besonders interessant, weil sich diese nun auch automatisch aktualisieren kann. Bedeutet, wenn ich hier auf das Zahnrädchen gehe, kann ich diese Query hier konfigurieren und sagen, welche Query möchte ich ausführen und möchte ich diese auch auf meinem Dashboard automatisch aktualisieren. Wie häufig die Aktualisierung durchgeführt wird, kann ich hier oben in der Dropdown-Liste einstellen. Bei mir wird momentan die Aktualisierung einmal pro Minute durchgeführt. Die gesamte ACMP-Konsole wurde in diesem Update auch auf 4K-Auflösungen und auf Skalierungen optimiert. Bedeutet, wenn Sie jetzt bei einer 4K-Auflösung zum Beispiel eine 125-prozentige Skalierung einstellen, skaliert die ACMP-Konsole dann natürlich auch von der Schriftgröße mit. Unterhalb der Container gibt es eine Neuerung, was die Filtermechanik angeht. Hier haben die neuen Filter aus dem Bereich des Lizenzmanagements Einzug erhalten. Diese neuen Filtermöglichkeiten bieten weitere Kombinationsmöglichkeiten. Ich kann über das Plus hier oben weitere Gruppen hinzufügen, um zum Beispiel ein Und oder ein Oder noch mit reinzubringen oder ein Ausschlusskriterium mit Und einzuflegen oder vielleicht auch ein Ausschlusskriterium mit oder Bedingungen. Zudem kann ich nun Jobs und zum Beispiel auch geplante Reports am letzten Tag des Monats starten lassen. Ich nutze diese Funktionalität zum Beispiel, um wichtige Logdateien von einem Server zu sichern. Unter dem Avira-Management haben ein paar neue Inventarfelder Einzug erhalten. Hier werden nun Informationen über die jeweiligen durchgeführten Scans, zudem auch über die jeweiligen Module mit angezeigt und können über Queries ausgewertet werden. Zudem gibt es im First Step Wizard nun die Möglichkeit, die Konfigurationspasswörter besser zu kontrollieren und auch einzugeben. Zum einen wird angezeigt, wenn das Standardkonfigurations-Scanwort verwendet wird und das eventuell unsicher ist und man hat natürlich die Möglichkeit, hier direkt ein neues Konfigurationskennwort mit anzugeben. Unterhalb der Client-Commands gab es eine kleine Änderung und zwar haben wir die Verwendung der globalen Accounts weiter optimiert. Einmal gab es ein ganz kleines Problem bei dem Setzen des Hakens erhöhte Rechte anfordern. Dieses Problem wurde nun gelöst und unter dem PowerShell-Script steht nun auch das ausführen als zur Verfügung. Eine weitere Verbesserung finden wir innerhalb des Lizenzmanagements. Wenn wir in das Lizenzmanagement in die Compliance-Ansicht wechseln, sehen wir nun innerhalb der jeweiligen Verbraucher auch, welcher Kostenstelle, welche Abteilung und welchem Standort diese zugeordnet sind. Gerade bei einer Unterlizenzierung ist das natürlich für eine eventuelle interne Verrechnung sehr sinnvoll. Im Helpdesk-Bereich wurde die Startseite und die Statistikenseite zusammengeführt. Hier kann ich jetzt, wie auch in der Übersichtsseite, mein Dashboard ganz individuell konfigurieren, kann auch diese Abfragen hier automatisch aktualisieren lassen, kann mir hier oben auch weitere Layouts anlegen lassen, um zum Beispiel schnell zwischen Statistiken und meinen jeweiligen Abfragen hin- und herschalten zu können. In den Abfragen kann ich wie vorher auch einfach über einen Doppelklick auf das jeweilige Ticket in die Ticket-Details springen, um mir das jeweilige Ticket dann natürlich anzuzeigen. Im OS-Deployment wurde eine kleine Änderung innerhalb der Antwortdateien durchgeführt. Hier habe ich keinen klassischen Wizard mehr, sondern solche Tab-Controls, damit ich direkt auf zum Beispiel die letzte Seite springen kann, um den Domänenbeitritt zu konfigurieren. Im Asset-Management habe ich nun neue Asset-Typen. Diese Asset-Typen sind als Vorbereitung für den SNMP-Adapter hinzugekommen, um dann automatisch Assets, die SNMP sprechen, anlegen zu können. Unterhalb der Stammdaten hat eine kleine Fokusänderung innerhalb der Kontakte stattgefunden. Hier ist jetzt sofort der Fokus auf der Suche. Zudem haben wir in den Verträgen neue Inventarfelder hinzugefügt für die nächstmögliche Ablauffrist von dem jeweiligen Vertrag und das erforderliche Kündigungsdatum. Zudem gibt es im Dokumentenmanagement jetzt eine Verbesserung, was die Suche nach den jeweiligen Tags angeht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen zu ACMP haben, stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.